Die Weltbevölkerung wächst stetig und mit ihr der Bedarf nach der immer knapper werdenden Ressource Wasser. Das erfordert ein effizientes Abwassermanagement in Kommunen, Industrie und Landwirtschaft. Unser Ziel ist es, zukünftige Generationen vor negativen Umweltauswirkungen zu schützen und nachhaltige Lösungen für die Rückgewinnung von Wertstoffen bereitzustellen. Im Fokus der Anlagenbetreiber wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen, zum Beispiel für die Eindickung und Entwässerung von Klärschlamm und für die Nährstoffrückgewinnung aus Gülle und Gärrest. Hier lassen sich in bestehenden Anlagen ungenutzte Einsparpotenziale heben, speziell in puncto Energie- und Polymerverbrauch sowie Entsorgungskosten. Als Innovationsführer für zentrifugale Trendtechnik ist es unser Anspruch, Ihnen die bestmögliche Lösung für die Anforderungen Ihrer Schlammbehandlung bereitzustellen. Genau dafür sind die mobilen Dekanteranlagen von GEA ausgelegt. Modular aufgebaut im Plug-and-Play-Design, als LKW-Auflieger oder genormter Seekontainer. Die Anlagen können einfach und schnell für ausführliche Testläufe vor Ort in den laufenden Betrieb integriert werden. Der Vorteil für Sie als Betreiber? Eine Demonstration unter Realbedingungen bis hin zur Optimierung vorhandener Prozesse auf Basis modernster Dekanter-Technologie und langjährigem Prozess-Know-how. Unsere individuell anpassbaren Anlagen haben alle nötigen Komponenten an Bord, sind komplett verrohrt und sofort einsetzbar. Plug-and-Play at its best. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, die Leistungs- und Sparpotenziale der Dekanter-Technologie von GEA bei der Behandlung von Abwässern, Gülle oder Gärrest im laufenden Betrieb zu testen, bevor Sie Investitionen in ihrer Anlagentechnologie tätigen. Mobile Dekanter-Anlagen von GEA – die effizienteste Basis für maßgeschneiderte Investitionen. Wir nennen das Engineering for a Better World. GEA verfügt über ein jahrzehntelanges Know-how als Schlammspezialist in Kommunen und Industrie, sowie in der Landwirtschaft mit Dekanter-Zentrifugen als Kerntechnologie. Wir helfen Ihnen, Ihre Umweltziele zu erreichen. Fordern Sie uns heraus! GEA Environmental Decanter Lines – Safeguarding our Resources